Hi, mein Name ist Lara und ich komme aus Deutschland. Ich bin hier gerade beim Surf Beach Holiday Park in Naruma. Die Stadt ist auch fußläufig ganz bequem zu erreichen. Von unserer Terrasse aus kann man perfekter auf die Montague Island und die Glashouse Rocks gucken. Also der Ausblick ist einfach unfassbar. Wirklich wunderschön. Es gibt verschiedene Arten hier zu übernachten. Also es gibt sowohl luxurios eingerichtete Häuschen. Ganz klassisch für die Familie, für bis zu sechs Personen. Es gibt die Honeymoon Suite und es gibt auch die Möglichkeit zu campen hier. Direkt nebenan ist ein Golfplatz, den ihr dann auch besuchen könnt, wenn ihr möchtet. Und was noch ganz interessant zu erwähnen ist, dass es auch tierfreundlich ist. Das heißt, ihr könnt auch einfach mit eurem Hund hier vorbeikommen und einen schönen Urlaub machen. Sollte Sollte Sollte